Die Schwingen der Gerastigkeit! Herzlich Willkommen zu dem Synchronarbeiten von Kung Fu Panda 2. Das ist absolut fett. Und los geht's! Leute, habt ihr das gesehen? Das war sozusagen Watai! Hast du etwa abgenommen? Ich komme ja fast mit meinen Flügeln um dich rum. Ach, naja, vielleicht ein bisschen. Bist doch sicher ganz schwach. Äh, Tram, ich hatte eine verrückte Erscheinung. Friede, 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 Friede! Ahem, der Schiffsmast ist kein würdiger Gegner. Und dann ist was total seltsames passiert. Und dann ist was total seltsames passiert. Ich bin bereit. Po, ich habe eine Botschaft erhalten. Vom Universum? Von einem Boten. Oh ja, na klar. Lord Shen hat eine Waffe konstruiert. Eine, die Feuer ausatmet und Metall spuckt. Vernichtet diese Waffe und führt Shen seiner gerechten Strafe zu. Okay, los geht's, los geht's! Oh, 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 oh. Eine Sekunde. Wie soll ich das anstellen? Wir zerstören das Gebäude. Hey Leute, wie wär's damit? Wir sind der Drachenkrieger und die Furiosen Fünf. Und wir sorgen für deine gerechte Strafe. Was machst du denn? Hier wimmelt es nur so von Wölfen. Hat der denn nicht den Hammer reingedonnert? Also den kann ich gar nicht leiden. Wir müssen den Turm erreichen, ohne von den Wölfen da unten entdeckt zu werden. Geht klar. Tarnkappen-Modus. Wo sind denn jetzt die Nudeln hin? Au! Leute! 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 Hey Po! Entschuldigung. Entweder kochst du meinen Reis, oder ich koche ich! Ich bitte um mein Schwierigkeiten! Los, mach was! So, das war's. Und jetzt viel Spaß im Kino. Achte auf die Zeichen! Welche Zeichen? So, viele Zeichen! Uhh! Ja, ja. Auf die Zeichen! Auf die Zeichen! Auf die Zeichen! Untertitelung des ZDF, 2020